Herr Jussen, der Konzern legt erstmals nach der Fusion der TUI AG und der TUI Travel PLC im letzten Dezember Quartalszahlen vor. Wie zufrieden sind Sie mit dem Start der neuen TUI Group? Ich glaube, wir können alle ganz zufrieden sein. Also gerade Peter und ich haben jetzt in den letzten Monaten sehr viel zusammengearbeitet. Wir haben jetzt natürlich erstmal die Prozesse aufgesetzt und die Organisation. Es gibt ja ein neues Executive Committee, damit die neue Firma überhaupt funktionieren kann. Dabei kümmern wir uns beide darum, dass wir die Zahlen auch erreichen, die wir versprochen haben, sowohl im Merger-Prozess als auch natürlich in der Guidance. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein bisschen eine Aufgabenteilung. Also ich arbeite stärker intern, bin jetzt in den Märkten unterwegs und Peter ist sehr stark mit unseren Investoren unterwegs, sodass wir uns die Aufgaben so ein bisschen aufgeteilt haben. Die Resultate sind sehr vielversprechend. Wir wollten ja oder werden ja, das ist unsere Guidance, 10-15% wachsen in der bereinigten EBITDA. Und wir haben jetzt eine 24%ige Steigerung im ersten Quartal hingelegt. Wir sind jetzt bei natürlich einem Verlust, das ist ja saisonbedingt im ersten Quartal immer so bei 108 Millionen. Aber wir haben gleichzeitig auch den Umsatz gesteigert um über 5% und das ist ja auch eine sehr schöne Entwicklung und war ja nicht immer so. Und wenn wir jetzt diese positive Entwicklung als Basis nehmen, wie lautet Ihre Prognose für das Gesamtjahr? Naja, wir bestätigen unsere Prognose, also unsere Guidance. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung, wenn man mal sieht, was heute in der Welt alles so los ist. Welche strategischen Kernthemen stehen auf Ihrer Agenda dieses Jahr? Nun, wir müssen natürlich einmal das einhalten, was wir versprochen haben. Und ich glaube, das ist das aller, allerwichtigste. Und da haben wir eine sehr klare Priorisierung der Peter und ich, dass wir sagen, also da darf wirklich nichts dazwischen kommen. Wir müssen alles in Bewegung setzen, dass das auch funktioniert. Wir haben natürlich auch ein paar Dinge, die sich dann über das Jahr hinweg auch gerade in den nächsten Jahren mit entwickeln werden. Dazu gehören sicherlich der Airline-Bereich. Es gehört, da wollen wir auf eine Plattform kommen. Wir haben heute fünf Fluggesellschaften und etwa 140 Flugzeuge. Und wir verhalten uns wie fünf Fluggesellschaften und sollten uns aber verhalten wie eine, denn das sind ja erhebliche Skaleneffekte. Das zweite ist der Mainstream-Bereich. Da haben wir historisch gesehen immer eine sehr schöne Ergebnisentwicklung gesehen. Aber wir haben eben kein Umsatzwachstum gesehen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, da müssen wir uns stellen. Der dritte Bereich, wo ich eine Herausforderung sehe, ist der IT-Bereich. Wir haben sehr viele Projekte. Und da wäre vielleicht auch weniger mehr. Und da gibt es ein paar Projekte, die strategisch wichtig sind. Dazu zählt sicherlich auch das Thema Kundendaten und das Thema CRM. Aber auch moderne technische Plattformen, die möglicherweise ein bisschen so aussehen wie die Plattform, die wir jetzt gerade in Spanien gelauncht haben, wo wir ja in einem Markt, wo wir kein starkes Tor-Operating haben, jetzt mit einer modernen, dynamisch paketierenden Plattform unterwegs sind. Und wenn man dann anguckt, den Bereich der Spezialisten, da haben wir immer gesagt, wir wollen das separat managen. Wir wollen also sehen, dass wir da wertstiftend unterwegs sind. Das ist die Frage, was heißt das eigentlich? Und der letzte Bereich, den ich ja auch erwähnen will, ist der Bereich Cruises. Hier sind wir im Turnaround noch drin bei der Hapag Lloyd. Wir haben gerade eine Investition getätigt mit der Europa 2. Wir werden das vierte Schiff jetzt bekommen. Wir werden Lösungen finden, wollen und müssen für die Thompson Cruises. Das sind fünf Schiffe. Die sind alle oder viele von denen sind alt. Die Flotte muss erneuert werden. Also die Frage ist, wie gehen wir damit eigentlich um? Und wir hatten ja versprochen bei unserem Merger-Prozess, dass wir gesagt haben, wir bauen hier ein Unternehmen, was im Kreuzfahrtbereich in Europa führend ist. Das wollen wir jetzt auch machen. Also wir haben schon noch einiges zu tun. In Summe möchte ich aber auch sagen, wir sind im letzten Jahr 14 Prozent gewachsen. Wir werden, wenn unsere Guidance stimmt, 10 bis 15 Prozent wieder wachsen in diesem Jahr. Also es kann hier nur darum gehen, aus einem ohnehin schon guten Unternehmen noch ein besseres Unternehmen zu machen. Also Herausforderungen sind da, dass wir sie meistern. Aber wir sind schon wirklich gut unterwegs. Okay, dann fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Auf welche Fortschritte möchten Sie zurückblicken am Ende des Jahres? Was möchten Sie unbedingt erreicht haben? Naja, wir wollen auf jeden Fall unsere Guidance schaffen. Und wir wollen klarer sehen in die Zukunft bei diesen fünf Kernthemen, ob es nun Mainstream-Wachstum, Airline, Cruises, ob es das Thema IT ist oder das Thema Spezialistenbereich und Hotelbetsgroup. Wir wollen da einen klareren Blick haben, wie es zukünftig weitergeht. Wenn wir das dieses Jahr erreichen, können wir, glaube ich, zufrieden sein. Fritz Josen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.